Hallo, ich bin Patrick Ehler, ich komme aus Slowenien, bin ich 29 Jahre alt und bin seit dem Sommer jetzt bei Horn. Nach langer Verletzungspause landete Patrick Ehler im letzten Sommer beim SV Horn. Nach Stationen bei Klagenfurt, Innsbruck, Ried und Lustenau mit reichlich Österreich und Zweitliga-Erfahrung. Also für mich war das Wichtige jetzt einfach nach einer Saison schon wieder zu spielen, also seit Verletzungen habe ich letztes ein Jahr, also habe ich nicht gespielt. Und auch ich finde, war eine sehr gute Entscheidung für mich. Also ich liebe so eine kleine Stadt, ich war schon in Ried, in Lustenau und gefällt mich sehr. Und also der Verein ist, macht auch professionell und gefällt mich. Seine Familie hat Zerval Österreicher mitgebracht, es gefällt ihm in Horn, im Waldviertel. Also ich gehe sehr viel spazieren, mit Frau, Kind und also mit Hund und sonst, ja, nur Fußball. Nach einem Jahr verletzungsbedingter Zwangspause ist Patrick Ehler zurück im Geschäft mit Zielen und klaren Vorstellungen. Also für uns ist es wichtig, dass wir spielen gut und dann kommt alles und unser Ziel ist einfach oben zu spielen, also erste fünf Plätze.